Über den Tellerrand. Bio-Spezial. Der Name ist Programm. Wir beleuchten Themen aus den Bereichen Lebensmittelerzeugung, Lebensmittelverarbeitung und Lebensmittelkonsum, die uns alle bewegen. Wir fragen Experten und wir bieten Perspektiven an. Wir liefern Fakten, die helfen, eine Meinung zu haben oder zu bilden. Wir geben keine Meinung vor und bewerten nicht. Wir, das sind Ursula Riegler und Christoph Zezene. Und heute sind wir zu Gast bei Heinz Gstier. Wir dürfen Heinz sagen, weil wir in Tirol sind. Wir sitzen auf einer wundervollen Terrasse oberhalb von Kufstein. Und Heinz, du bist Bio-Pionier. Stimmt das? Erzähl uns einmal ein bisschen mehr von dir und von Bio vom Berg. Ja, Bio-Pionier, das sagt man da in Tirol, glaube ich schon. Zumindest behaupten, es waren Leute. Ich selber kann das nicht so beurteilen. Faktum ist schon, dass ich eigentlich seit meines Lebens, sage ich einmal, schon seit den Kinderschuhen, den Hof von meinem Großvater mütterlicherseits bearbeiten habe dürfen. Mittlerweile macht das der Junior, zu meiner vollsten Zufriedenheit, darf ich unterstreichen. Und nebenbei habe ich dann in jungen Jahren auch im Genossenschaftswesen Verantwortung übernommen. Also zum einen, ja, vor 30 Jahren bei der Sennerei Harzenstädt ist, was damals, ja, die erste größere Bio-Sennerei in Tirol war. Immer aus dem Rückspiegel betrachtet, muss ich sagen, war das von der Harzenstädter Bauern eine Riesenleistung. Man muss ein paar Zahlen dazu nennen darf. Es hat damals in Tirol also 1997 27 Bio-Betriebe gegeben. Und in Harzenstädt haben wir mit 43 auf einen Dusch die Umstellung gemacht. Und das ganze Einzugsgebiet auf biologische Wirtschaftsweise umgestellt. Sagst du uns noch, wo Harzenstädt ist? Harzenstädt ist von da weg keine zwei Kilometer, aber halb einem Berg. Und es ist eine extrem kleine Käserei, aber was da von den Bergbauernhöfen die Milch vorwärts. Und damals schon mir und dem Vorstand, also die vorgeschwebt, dass man immer so einen abgegrenzten Berggebiet, wo ich so besondere Produkte machen muss, weil mit der Massenware, wir sind ja da ganz auf der deutschen Grenze, und ich brauche nicht weiter nach Bayern zu schauen. Und je weiter man nördlich kommt in Europa, noch schlimmer wär's. Also mit denen auf den Marktpreis zu produzieren, ist für unsere Bauern keine Option. Und damit ist mir und auch im Vorstand vorgeschwebt, also wir machen doch eine biologische Landwirtschaft. Und versuchen da also zum einen einmal das Überleben der Sennerei, also da die örtliche Sennerei zu halten. Und zum anderen aber auch doch eine Wertschöpfungsketteaufbau, auch für die Mitgliedsbetriebe, sprich für die Bauern, die Eigentümer der Sennerei zu schaffen, was uns auch in weiten Teilen gelungen ist. Manches hätte besser sein können, manches, glaube ich, sehr gut gelungen. Wir waren dann auch eine von den ersten Käsereien, was die ganze Wärmeenergieversorgung auf Hackschnitzel umgestellt hat. Also unsere Bauern haben wohl ja auch ein bisschen Wald dabei. Und um das Nebenholz von der Waldnutzung zu nutzen, hat man dann gesagt, ja, das wäre ja toll, das in der Käserei die Wärmeenergie daraus zu gewinnen. Wir haben dann im Jahr 2000 da die ganze Energie, also die Wärmeenergie, schon auf nachhaltige Rohstoffe umgestellt. Also mit zweimal der Zielsetzung, das war damals für die Sennerei nicht unbedingt gewinnbringend. Aber es hat doch für die Bauern, glaube ich, einen Zusatzeffekt gehabt, also sprich die Wertschöpfung in der Region. Für mich persönlich war es ja schon wichtig, dass man unsere Bauern das heimische Halt verkauft und nicht die Ölscheichs, die dann mit dem Geld gekriegt werden oder was. Und natürlich macht man nebenbei auch noch für die Umwelt und so weiter was Positives und stärkt die Wertschöpfung in der Region, so die Denkweise. Und ja, wenn ich die Frage noch ein bisschen weiter ausführen darf, was ich dort angelernt habe als junger Funktionär, hat später dazu geführt, dass man in Tirol im Jahr 2002 die BioAlpin gegründet hat. Also eine Genossenschaft angegliedert, den Raiffeisenverband sozusagen unter dem Dach. Aber eine Genossenschaft gegründet hat, die dem Thema gewidmet hat, also Bio-Produkte, die in Tirol sind, vermehrt auf dem Markt unterzukriegen. Also eine Marktrelevanz mit diesen Bio-Produkten aus Tirol zu gewinnen und dazu haben wir die Genossenschaft BioAlpin gegründet. Was heißt unter dem Dach von Raiffeisen? Das heißt, die sind Mitglied in der Genossenschaft oder wie stelle ich mir das vor? Es ist nur so, Raiffeisen macht dann eigentlich die Revision und so weiter dieser Genossenschaft. Wenn man in der Genossenschaft, das ist ja der Unterschied zu einer, sage ich mal, Kapitalgesellschaft. Man könnte ja auch eine AG oder sowas machen und wir haben ihn zu der Gründerzeit stark damit auseinandergesetzt, was wir denn machen. Ich bin ein bisschen ein genossenschaftsmäßig angehauchter Mensch, weil wenn Genossenschaften wirklich nach einem Genossenschaftsprinzip arbeiten, können sehr viel ein Gutes bewirken. Ich werde noch ein bisschen später darauf zurückkommen. Wir haben ihn zurückgerungen, eine Genossenschaft zu machen und wenn man Genossenschaft ist, ist man gesetzlich verpflichtet. Entweder man ist bei einem österreichischen Genossenschaftsverband oder man ist beim Raiffeisenverband, weil du brauchst eine Oberaufsicht. Und wir sind halt beim Raiffeisenverband, weil zum einen habe ich die Leute auch da gekannt oder schon eben mit Harzenstädter eine Erfahrung gehabt. Und haben uns da dann angelehnt, die uns auch begleitet haben. Ich meine, wenn du heute mit ganz einer kleinen Gruppe von 20 Leuten oder 30 sich mit den Gedanken schwanger gehst, dass man eine Firma gründet, um Tiroler Bioprodukte zu vermarkten, dann ist ja das nicht so einfach. Man hat ja nichts. Man hat nicht einmal ein Büro, geschweige gar nicht einmal ein Laptop. Er hat es damals eh noch weniger gegeben, aber nicht einmal ein PC und so weiter. Und du fängst dann einmal an und dann braucht man bis zu einer Beratung, einer vernünftigen Buchhaltung und so weiter braucht man auch Beratungen. Da haben wir schon das Raiffeisenverband bedienen dürfen. Das heißt, die waren ein bisschen Geburtshelfer quasi? Ja, Geburtshelfer. Sie haben uns natürlich beraten. Das geht auch von der Lohnverrechnung bis zu der Bilanzherstellung, sage ich einmal. Wertvolle Hilfen gelästet. Wir haben uns dann durchgerungen, dass ich diesen Abschließen kann mit der Marke Bio vom Berg. Die Firma heißt eigentlich Bio Albin. Mit der Marke Bio vom Berg das dann zu starten. Dann haben wir 2002 im November die ersten acht Produkte auf den Markt gekriegt. Das waren ein paar Gasprodukte und ein Rindersaft-Schinken und ein Bauern-Schinken, was man eigentlich zum Start da gehabt hat. Und die Marke Bio Albin sollte eigentlich verkörpern, das ist Bergbauerliche. Die Bergbauern haben einfach andere Strukturen und so weiter. Und das in Reinheit von Bio, das dann Konsumenten kriegen, hat für ihn schon einen gewissen Charme gehabt. Und für mich auch, weil die Bergbauern ja ansonsten sehr viele Nachteile haben. Und speziell die Bergbauern sind ja so, das hat man ja aus meiner Erfahrung gelernt, die Bergbauern sind ja die gewesen, die ja wo zusehends mehr an den Rand des Marktes gespielt worden sind. Konventionell, aber im Bio insbesondere. Das war ja gerade nicht zur Zeit, da bei der Jahrtausendwende oder knapp der V.O., wo in Österreich die ersten Handelsmarker im Bio entstanden sind. Und die haben dann, dann ist auf einmal in Osten Bio gewachsen und im Westen, wo die Bio-Bauern oder im Berggebiet, wo die Bio-Bauern daheim waren, sind die Bio-Bauern geschrumpft. Das heißt, ihr habt keinen Vertrieb gehabt eigentlich, oder? Keine Handelsketten, das liegt in der Natur der Sache. Die suchen sie ja, wenn sie sich was am Kopf setzen oder was umsetzen wollen, dann gehen sie ja auch den geringsten Widerstand und wenn ich das machen kann. Und wenn ich im Osten in Niederösterreich zwei größere Bauern zusammenschliess, dann habe ich die größere Erzeugergemeinschaft, das wäre, wenn ich in Tirol fast eine ganze Talschaft zusammenschliess. Und das ist wesentlich einfacher, nicht? Das heißt, das ist sehr, sehr geinstrukturiert, oder? Ja, da weiß ich genau, was passiert, was mich in der Seele massiv gestört hat. Weil für mich hat, bei anderen Dingen erwähne ich, so wie man so ein Bio hat, seine Heimat in den Bergen, weil die Bergbahnen aufgrund der Alpung und so weiter eher eine extensive Tierhaltung haben. Ich sage mal, in der Regel, nicht überall, aber in der Regel ist das so, unheimlich viel Weide gegangen und so. Und weil sie nahe am Bio sind und genau die sind eigentlich vom Markt vernachlässigt worden. Ich will nicht einmal sagen, böswillig, das ist einfach passiert. Ja, nein, nein, wenn du Manager von einer Handelskette bist und du sagst Bio-Produkte, mit wem wirst du den ersten zusammenschliessen? Die wollen diese Produktionskraft haben, die, was du brauchst. Und kleine Bauern sind halt schwieriger zu bündeln, nicht? Und das war eigentlich schon unser Ziel, dass man gesagt hat, man will dieses bergbäuerliche Bio-Produkte in einer marktmäßigen Vermarktung zuführen, wo auch ein bisschen Wertschöpfung zu den Bauern rauszukommt. Und da darf ich jetzt schon sagen, wenn ich erwähnt habe, dass 2002 mit acht Bio-Produkten startet haben. Wir haben in der heiligen Saison jetzt glaube ich 160 oder 170 Produkte im Handel gehabt. Das schwankt natürlich ein bisschen, weil da Gemüse und so weiter mittlerweile auch dabei ist. Das hat sich ja weit ausgebaut. Wir haben halt von Gemüse bis über Obst und so weiter natürlich in unterschiedlichsten Schattierungen, ja sogar bis zu einem Bier geht das, das ist ja zu Radler. Was man mittlerweile ja so Braugerste aus Tirol macht. Und da braucht es viel Arbeit dazu. Zum einen einmal die Bauern zu bündeln. Auch die Beratung, was man in Zusammenarbeit mit Bio-Verband und mit Kammer macht. Dass man die Bauern auch da hinkriegt, dass sie das umsetzen können, was sie wollen. Aber ich glaube schon, dass die Berglandwirtschaft, wenn sie eine Zukunft hat, weil man muss ja schon betrachten, dass international oder auch in Europa momentan der Zug ja noch in Richtung industrielle Landwirtschaft geht, reell betrachtet. In Sonntagsreden mag das ein bisschen anders bezeichnet werden, aber in Wahrheit ist das so. Aber glaubst du, dass es bei der Bevölkerung auch noch so ist? Sagst du Sonntagsreden, ich vermute, du zielst auf die Politik ab, aber denkst du nicht, dass in der Bevölkerung da schon ein bisschen, zumindest im Dachraum, da ein anderes Denken stattfindet oder zumindest mehr wird? Hast du das Gefühl, es geht nur Richtung Groß immer noch oder ändert sich da was? Nein, da ändert sich schon was. Ich denke, dass gerade nicht jetzt die Erfahrungen der letzten Jahre, was ich da machen habe, dürfen wir lernen da auch dabei. Ich habe jetzt aber keine kaufmännische Ausbildung und so weiter. Ich habe auch da viel lernen dürfen bei das und da eine Erfahrung gesammelt. Und eine von diesen Erfahrungen ist schon so, dass der Endkonservent eigentlich immer mehr diese Regionalität, ich sage mal mit einem klaren Absender versehen. Also Regionalität kann man nicht auf einen Bauernhof oder auf einen Bezirk oder auf ein Bundesland runterbrechen, sondern auf eine Produktionsmethode, sage ich mal. Das ist für mich das Berggebiet. Und dann denke ich auch mal, dass natürlich die natürliche Landbewirtschaftung bei den Leuten zusehends ein Thema wird. Es ist halt, ob das der Klimawandel ist. Da gibt es sehr viele Komponenten, die uns da eigentlich in die, sage ich mal, entgegenkommend oder was halt so als Megatrend bezeichnet werden, wo sie da eigentlich in unseren Werten unterstützt oder in unseren Wollen das mehr unterzukriegen. Und ich stelle schon fest, dass speziell gerade bei jungen Familien, wenn dann die ersten Kinder und so kommen, dass es weniger eine Einkommensfrage ist, wer sich auf einmal mehr mit Bio in der Ernährung beschäftigt, sondern eher eine Bildungssache. Und meistens, wenn sie dann zum ersten Mal Mutter oder Vater werden, dann ist auf einmal dieses Aha-Erlebnis da und man will eigentlich seiner Familie etwas Gutes tun. Und es gibt noch einen Bereich, der Mensch will eigentlich eher für seine Gesundheit etwas tun und der ethnische Konsum, wenn ich es einmal so in weitesten Dingen nennen darf. Und da, glaube ich, sind schon die Themen Regionalität und der ökologische Ansatz der Landwirtschaft zusehends große Themen. Und das darf ich ja durchaus sagen, in seinem Erfolg war ja andersrum nicht möglich gewesen. Das hat schon, und ich setze darauf, dass diese Vernunft des Konsumenten sich so weit entwickelt. Heinz, eine Frage. Du sprichst schon vom Konsumenten. Wir waren vorher bei der Genossenschaft. Wie habt ihr den Vertrieb dann eigentlich organisiert? Ja, das ist ja eine der Hauptaufgaben der Genossenschaft. Diesen Vertrieb so zu organisieren, da versucht man sich, man versucht mit verschiedenen Handelspartnern ins Geschäft zu kommen, oder? Und ja, bei uns, das darf ich schon so sagen, bei uns war eigentlich zum Start der Lebensmittelhändler Embrey, also in Tirol ja ein starkes regionales Unternehmen im LH. Der, der uns auch damals ermöglicht hat, da einzusteigen, also kann man sich noch gut erinnern, wie der damalige Chef der Embrey als Gruppe, Tante und Mölk, gesagt hat, wenn ich die Hälfte davon halten kann, was ich da so besprochen habe mit ihm, dann würde er die Regalplätze räumen, ohne dass wir da Listungsgebühren und so weiter zahlen. Wenn ich den Markt zugekommen bin, ist ja extrem schwierig. Und ich sehe es halt als eine der Hauptaufgaben, dass eine so eine Genossenschaft dieses Angebot, das die Bauern machen können, entbündelt. Und das im Vertrieb natürlich, das musst du begleiten. Von selber, wir sind ein Angebotsgetriebener Markt, ob wir wollen oder nicht. Es gibt keinen Nachfragemarkt, das ist immer ein Angebotsgetrieben. Und da muss man dann schauen, dass man im Vertrieb so starke Persönlichkeiten hat, dass man das auch für den Handelspartner, aber noch wichtiger für den Konsumenten, nachher erlebbar macht, was man will. Das ist ja für eine kleine Firma am Anfang extrem schwierig. Du hast neu zu kaum ein Budget, um irgendwelche Marketingmaßnahmen zu setzen, geschweige gar Werbung oder was zu finanzieren. Und dann bist du auf Mundpropaganda und so weiter angewiesen. Und da muss man kleine Schritte setzen. Aber nichtsdestotrotz haben sie mir jetzt doch geschafft, dass man mit dieser Bündelung dieses Angebots von den Bauern, aber auch von der Nachfrage, was die potenziellen Kunden an einem haben, das so abzustimmen, dass man mal sagt, das ist ein anscheinend riesiger Bereich. Ich bin jetzt seit ein paar Monaten im Ruhestand sozusagen, aber war im Hintergrund doch noch ein bisschen dabei. Wenn ich da die letzten Jahre Revue passieren lasse, wo es Bauern gekommen sind, dann haben sie gesagt, da habe ich ein Produkt und das muss man vermarkten. Und da darf ich vielleicht gerade am Anfang, weil ich ja aus der Milchwirtschaftszene komme, also aus dem Käsbereich. Wir haben bei elf Käsereien, die aber mittlerweile viel Bier vom Berg irgendwelchen Käs produzieren. Und wenn wir angefangen haben, da hätte jeder Bergkäs gemacht, weil das sind die Rollen, weil das einfach so üblich war. Und jeder wollte, ich habe eh zu viel Bergkäs im Krieg, dann kaufe mir den Bergkäs an und dann hast du die Schuldigkeit getan. Das ist zum Thema Angebotsgetriebener Markt, oder? Ich habe zu viel davon, verkaufe ich es mir irgendwie. Das hat auch eine schwierige Einstellung. Und da muss man natürlich einmal sagen, wenn wir im Käs eine Kompetenz haben wollen, dann ist der Bergkäs sicherlich in Tirol immer ein zentrales Thema. Und das ist auch jedler und wertvoller Käs, ich will den Bergkäs nicht schmälern. Aber wenn du eine gescheite Käsepalette anbieten willst, dann brauchst du vom Frischkäs bis zum Schnittkäs bis zum Weichkäs und dann bis zu den Horkäs halt alles, oder relativ viel. Und da musst du dann sagen, wer macht was. Und da muss man dann abstimmen. Wer macht was für meine Produkte und gemeinsam vermarkten wir es dann. Und dann ist halt gerade ein Anfang einmal, das ist auch ein Lernen für die Zulieferer, ein Anfang einmal das auch zu lernen, dass man da miteinander partizipieren kann von der Erfolgen. Müssen Bauern lernen, dass sie unternehmerischer denken, glaubst du? Ich denke schon. Für mich ist es schon so, ich habe ja selber anfangs die 70er Jahre die Landwirtschaftsschule besucht und wenn wir zu etwas ganz gut ausgebildet worden sind, dann zu erträgen. Also sprich, wer am meisten Milch von der Kuh rauszuholt, ohne ethnische Grenzen, sag ich mal, und wer einen höchsten Ertrag von seinem Hektar runterkriegt, das ist der Top-Bauer. Und das ist auch heute noch zu weit oft zu tief in den Bauernköpfen aus meiner Sicht verankert. Weil es ist nicht logisch, was weiß ich, wenn ich heute die Zuchtprogramme hernehme, dass man mit der Milchleistung aber noch weiter nach oben geht, obwohl die Kuh schon an ihren extremen, über die Leistungsgrenzen drüber ist. Sondern ich sage einmal, die Optimalleistung und die Höchstleistung, so wie es heute in der Landwirtschaft geben wird, klopfen da weiter auseinander. Das ist auch bei den Hektar Hektar-Trägen so. Ich muss nicht am Boden das letzte Osser quetschen, sondern ich muss am Boden so bewirtschaften, dass er enkeltauglich ist, wenn ich das so sagen darf. Und das ist eine zentrale Frage. Einmal heuer mit irgendwelchen Mitteln den Höchstertrag runterzudauern und in zehn Jahren eigentlich einen riesen Humusabbau zu bewerkstelligen, ist für mich keine nachhaltige Landwirtschaft. Und da unterscheidet sich die biologische Landwirtschaft von der konventionellen ja massiv. Und das ist in der Tierhaltung also immer die Höchstleistung zu verlangen. Bei den Leuten wissen wir es heute. Höchstleistung ist schon gut, aber Dauerbelastung auf Höchstleistung ist nicht gut. Und das gibt ja mittlerweile schon die Wissenschaft auch zu, dass man da eigentlich Irrwege beschritten hat. Und ich denke, da hat der biologische Landbau einen extremen Ansatzpunkt, vernünftigen Ansatzpunkt, ich muss ich richtigerweise sagen, um diese Irrwege auszublenden. Es ist ja noch, wenn wir da jetzt raus schauen, wo sich diese Biodiversität, das betrachtet da in so einem Obsthanger von den alten Birnbäumen, wo du da innen noch der Eichel hier erniestet, oder? Da könnte dann einer noch sagen, ja, von Höchstertrag ist das weit weg, lasst du den alten Baum stehen. Für mich ist das schon in einer Kombination. Und wenn ich die Biodiversität dann in so einem Garten so bei dem Dämmig werden oder früher bei dem Tag werden anschaue, dann ist da schon was los. Und das ist ja auch eine, gehört für mich zum Bauern sein ein bisschen dazu, dass ich ein bisschen mehr denke, als wir gerade ein Höchsterträgen. Und das ist zu viel noch, zu verankert. Da müssen beide Teile lernen, die Landwirtschaft und die Konsumenten. Aber kann die Landwirtschaft nicht den Konsumenten, ich denke, man müsste halt als Landwirtschaft vielleicht oft auch mehr helfen den Konsumenten. Also auch nicht erwarten, wie soll jemand in einem städtischen Umfeld Dinge wissen teilweise aus der Landwirtschaft. Und die Chance wäre, dass ich sage, so wie du, reden wir darüber oder machen wir auf oder gründen wir eine Genossenschaft, auch im Vertrieb lauter zu werden. Also erklären wir auch die Landwirtschaft und über das Produkt machen wir auch ein bisschen Angusto auf die Landwirtschaft, oder? Ist das nicht eine Aufgabe der Landwirtschaft da? Also die Konsumenten muss ich schon mitnehmen, oder? Ja, freilich. Und die Landwirtschaft bemüht sich auch mehr und mehr, dass die Bayerien-Organisationen und so weiter sind. Aber es ist halt in den letzten 30 Jahren da massiv viel passiert. Ich lebe ja doch in einem ländlichen Gebiet. Und vor 30 Jahren haben bei uns die Leute im Dorf noch wirklich einen Bezug zur Landwirtschaft gehabt. Und die Bevölkerung auch noch etwas. Heute ist das komplett anders. Heute hat die Dorfbevölkerung auch schon keinen Bezug mehr zur Landwirtschaft. Die Landwirtschaft hat massiv geschlumpft. Früher ist jeder Zweiter hat noch irgendwo einen Großvater oder was gehabt. Der Vater, der war aus der Landwirtschaft gekommen. Das ist halt alles weiter weg. Und die Landwirtschaft ist auch andere Systeme in der Form der Landwirtschaft interpretiert. Das hat dann der Handel gemacht und so weiter, wo es zu einer sehr romantisierten Ansicht der Landwirtschaft geführt hat. Und die Bauern haben sich irgendwo auseinander entwickelt. Es gab es auch nicht die Biobauern und die ganz intensive Landwirtschaft. Die war ja durch diese gegebenen Situation. Die kann ich auch nicht wegwischen. Und natürlich haben dann, sage ich mal, keine kapitalgetriebene Märkte Landwirtschaft interpretiert. Ich will jetzt da gar nicht böse sein. Es war auch genug Platz dafür da. Man hat es ihnen auch ein bisschen überlassen. Der Platz kommt mir oft vor. Wenn Milka die Konsumenten erhält, dass die Kuh lila ist, ich will da gar nicht zu nahe treten. Ich habe ein bisschen davon, dass jeder weiß, dass ein Lila-Kuh nicht echt ist. Das ist aber die Frage der Werbung und Interpretation. Ich muss ein bisschen überzeichnen. Absolut, ich bin bei dir. Das ist eine ganz wichtige Diskussion. Und da hat mir das eigentlich, ich werde nicht gesagt haben, wir sind als junge Bauern noch als Produzenten ausgebildet worden. Und das eine ist irgendwo hingeblieben. Und die ganze Welt hat auch so funktioniert. Der Markt war auch so gesteuert. Erfolg haben die gehabt, die wir momentan irgendwo eine Riesenmenge platzieren haben können. So wie auf der Börse vielleicht. Und damit ist genau etwas passiert, wo diese bayerliche Landwirtschaft, dieses bayerliche Kulturgut eher den Hintergrund getreten ist. Und der Konsument, der von der Landwirtschaft das noch versteht, weil er in einem ländlichen Gebiet Urlaub macht und weil er eine Almwanderung gemacht hat, der ist dann ein Experte, da ist man doch noch ein Stück weit weg. Gibt es schon die ersten Kuhunfälle auf der Alm? Ja, ich denke, das mit den Kuhunfällen und so weiter ist schon ein Thema, wo es mir ein bisschen Sorge bereitet. Führt zu weit weg von unserem eigentlichen Thema. Mir ist es nur eingefallen, weil es zu dem passt, was du gesagt hast, mit sozusagen einer Almwanderung und dann glaube ich, Experte zu sein, weil ich durchspaziert bin. Das hat man ja in anderen Bereichen auch. Aber ich würde ganz gerne eigentlich noch mal ein bisschen zurück auf den Ursprung von Bio, weil das war ja so unser Gedanke in der Vorbereitung Bio-Pionier. Wer hat dich inspiriert? Damals, das war ja sehr früh, Bio überhaupt zu denken und wie schwierig war es, diese 43 Betriebe habt ihr umgestellt, oder? Wie war das umgestellt? Also wie viel hat man überzeugen müssen davon? Und wer hat inspiriert? Warum hat das funktioniert? Ja, ich habe vielleicht ganz einen guten Därmeister gehabt. Ich habe schon von meinem Großvater väterlicherseits erzählt und auch meine Familie, daheim, mein Vater und so waren schon ziemlich aus und gleich geholfen. Aber der ist natürlich geprägt gewesen aus einer extrem schlechten Zeit, zwei Weltkriege und Wirtschaftskrise und was weiß ich was. Und der hat immer den Kurs gesegelt, also der Bauer muss möglichst unabhängig kreisläufe fahren, um unabhängig zu bleiben. Ich meine, was bei den Anschlusser Niedler Deutschland und so, was mir der da erzählt hat, was da alles passiert ist. Und der Bauer, der unabhängig bleibt, der muss unheimlichen kreisläufen denken. Und er hat auch noch eine Gabe gehabt, ich meine, es hat er Zeit gegeben, wo Tiroler Bauern eine Förderung ausgelöst haben. Das waren nicht die 60 Jahre so, wenn man Kunstdünger gestreut hat und nicht, wenn man auf einen verzichtet hat. Glaubt man halt nicht mehr, aber das habe ich alles noch erlebt in meinen Kinderschulen. Und der Großvater hat halt dann doch schon diese Beobachtung gemacht, wo man jetzt Kunstdüngerstreut wachsen, tut es unheimlich gut, aber das Groß hat keine Widerstandfähigkeit. Bei dem ersten Wetterregen ist das viel weniger standfest und so weiter. Und das sind Dinge, die regnet da noch. Und dann habe ich später noch einmal, vielleicht sind dann ein paar Begegnungen, die haben dann noch einen ein bisschen schärten in dieser Hinsicht. Und da habe ich unter anderem einen wirklichen Bio-Pionier kennengelernt, den Josef Willi, mittlerweile schon verstorben, aber damals in der Landwirtschaft gekommen, für die für die Erwachsenenbildung und so weiter, für die Fachausbildung zuständig. Und der hat natürlich die wirklichen Bio-Pioniere, wie den Müller-Rusch oder den Steiner ja noch persönlich gekannt und war überzeugt von dem. Und da habe ich dann Schriften gelesen und das hat mich schon, hat mich unheimlich fasziniert und hat mich dann auch, wenn man ein guter Bio-Bau ist, glaube ich, muss man ein bisschen eine Beobachtungsgabe haben. Und habe dann schon angefangen, darüber nachzudenken, wie man ein nachhaltiges Grünland wirklich korrekt macht, weil man bei so Grünland ist eh so einfach. Stimmt nicht, Grünland in wirklich einer nachhaltigen Form zu bewirtschaften, braucht auch Hirnschmalz. Wie man so schön sagt. Und das hat mich schon eigentlich geprägt und ich bin dann einmal auf dieser Ferte gewesen und dann habe ich noch Begegnungen gehabt auf der Alm mit ganz alten Kaser, die aber noch mit ganz einfachsten Mitteln gekäst haben damals. Die Almer waren unerschlossen. Man muss sich das vorstellen, der Kaser, der ist mit einer Kulturflasche und mit einem oder zwei drücker Stück Kaube-Magen auf die Alm gegangen und hat den ganzen Sommer da oben Kaser und hat die Kultur selber weitergezüchtet. Da würde man sagen, das ist alles unmöglich. Und dann haben die trotzdem tolle Kaser gemacht. Schon mit, muss ich sagen, die Produktsicherheit, die Qualitäten waren ein bisschen schwankend, weil die haben das schon, die haben das schon, die haben das schon ein Scheichen gekriegt, wenn es wieder extrem umgeschlagen hat, weil die Milchreifung an einem ist. Er hat sich natürlich die Milchreifung verlassen müssen und wenn da Widersturz war, dann war die Milchreifung auf einmal ein anderer und er mit seinen bescheidenen Mitteln da oben hat den Kamm entgegengehalten, obwohl der verstanden hat. Da haben wir aber doch Kaser gehabt, die haben das wirklich exzellent verstanden und von denen habe ich viel gelernt von der Natur. Und dann haben die festgestellt, wie in den 60er, 70er Jahren auf einmal der Handelsdünger auf die Hilfe gekommen ist. Dann haben die vor einmal gesagt, die Landkräften Kase bleiben nicht mehr so gut wie früher, oder? Dann, ja, wir können jetzt das sehen, was soll denn da was mit den Handeln zu tun haben. Aber die Elternkaser sind einfach stur auf dem Blinden, sie haben nicht mehr diese Lagerfähigkeit wie früher. Na, ich bin da in die Fachschule gegangen, erklär, die sind so Tierzuchtlehrer und so. Dann haben wir da diskutiert, war ja eine spannende Sache, wir sagen, Tierzuchtlehrer haben wir auch einen guten gehabt, man braucht hilft im Leben glückliche Begegnungen. Und da haben wir einen guten gehabt, das kann auch nicht stimmen. Ja, vielleicht, das ist auch nicht keine Kunsthung, das ist auch ein Ding am Arbeitsmaschinen habe, früher mit dem Rohsabstern alle zwei gehabt und ich habe jetzt ein Eiweiß überhangen und da haben wir ein Futter und das ist auch freilich am Eiweiß. Stickstoff ist in weitester Form wie der Eiweiß und deshalb es hat zu wenig Energie. Dann hat man das auch schön rechnerisch dargestellt Geld und auf der Tafel auch noch viel rechnerisch. Klar, die Tiere fallen jetzt einen Energiemann gleich, weil wir intensivieren dann. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen Getreide einsetzen, oder? Da setzen wir Getreide, jetzt ist das in der Landwirtschaft alles langwierig, bis so was ist und bis das ein paar Bauern wieder ausprobieren und so weiter und bis der Kass wieder zeitig ist, zählt er ein, wo ins Land. Sagt der Schreise zu mir und nur ein paar andere Kass das wirst du halt null runter mit der Alpauigkeit von Kass. Ja, wer kann jetzt das sehen? Ja, wo ist eine Antracht und so? Ein Faktum ist natürlich, dass Getreide geben, weil die Kühe immer eine Panzenübersäuerung verursachen. Darum vor der Schmeid ist in der modernen Landwirtschaft mit der Totalmischration um diese Panzenbakterien zu überdölpeln so gut wie möglich. Auf alle Fälle ist es gescheiteren wieder Kraftfutter zu geben. Ich sage nichts von einem vernünftigen Ausgleichsfutter, aber darüber hinaus ist es sowas aus mehrfacher Hinsicht nicht vernünftig. Und das sind so Sachen, die man schon zum Nachdenken überlegt kann. Aber ganz ursprünglich einer von den ersten Gedanken, warum ich so extrem auf Bio geliebeugelt habe, vielleicht ganz wirtschaftlich Ansatz, weil ich da eigentlich das Überleben dieser benachteiligten Bergregionen habe ich mir gedacht, Bio könnte ein Hibstecken sehen. Wenn ich mich mit Bio beschäftigt habe, hat das für mich auch mehr Sinn gekriegt. Ganz massiv. Ich muss sagen, ich bin heute überzeugt bei Bio, obwohl es da auch schon irgendwelche Auswüchse gibt, da kann man wieder lange diskutieren. Da wollen wir noch kurz drauf kommen. Wir haben viele Fragen, da größer von dich. Es gibt schon auch Auswüchse keine Frage, aber nichts desto trotzdem, wenn ich die Grundsätze von Bio und was die Väter von Bio eigentlich verstanden haben, hält moderne den je. Die haben damals schon voraus gekannt, die haben sich da wirklich mit diesen Kreislauf Systemen beschäftigt haben. Und das glaube ich für die heutige Zeit, das muss auch jeden vernünftigen Menschen einleuchtend sein, dass ganz wichtig ist, noch nie so wichtig als heute, was machen wir mit ihnen seine Lebensgrundlagen. Und wenn ich mit den Lebensgrundlagen achtsam umgehe, die Lebensgrundlagen dazu nicht dazu, was wir trinken und was essen, sondern dazu ein gesunder Boden, gesundes Trinkwasser, gesunde Luft, das ganze Dings, das sind eigentlich Lebensgrundlagen und da ist die Landwirtschaft da nachisten drauf. Ja, nein, wer bewirtschaftet unsere Böden, die Landwirtschaft machen. Da beantwortest du eigentlich schon fast eine Frage, die ich dir stellen wollte, Regionalität und Bio. Ist es egal, woher ein Bio-Produkt kommt? Nein. Regionalität und Bio, wenn es ehrlich gemacht ist, das sind Zwillingsgeschwister für Winneco-Geschwister, das sind Zwillingsgeschwister, weil eine jährliche Regionalität bedingt natürlich ökologische Grundsätze, also sprich Bio. Weil Regionalität, der früher ein Außenminister in Deutschland hat es einmal so betitelt, mag schon überzeichnen sein, aber es hat schon was für sich, Mist bleibt Mist, auch wenn er regional ist. Ich könnte heute in Tirol einen gleichen Gelbermaststall hinbauen, als die in Spanien oder die in Holland und sagen es ist Tirol. Und damit sage ich, ich brauche diese ökologische Grundsätze. Und eine vernünftige ökologische Landwirtschaft, wenn ich das noch anschließen darf, die bedingt eine möglichst grenznahe Regionalität, weil Osonen ist nicht ehrlich, weil wenn ich ökologisch vernünftig wirtschafte, brauche ich eine Regionalität. Da ist es nicht vernünftig, dass ich auf die Bergbahnhöfe, um die Viecher zu fördern, einen Zollischrot aus Argentinien alle, jetzt muss ich wieder ein bisschen überzeichnen, aber dass man versteht, was ich mache, sondern der muss auf seinem Bergbauernhof um sein Regionalsprodukt veredeln. Natürlich kann der da oben nicht Kraftfutter erzeugen, was er zu einem Ausgleich braucht, aber das muss im Promillebereich oder im Prozentbereich ganz klein liegen, was er da macht. und das andere ist die Zielsetzung, dass der da oben seine Weiden bearbeitet. Das ist nicht Zielsetzung, die Futter von den Gunstlagen in die Ungunstlagen zu karren und dann Milch zu produzieren. Zum einen wäre es die Milch anders dann, weil das ist ja heute nachgewiesen, eine Milch aus dem Berggebiet oder Almmilch ist ja Getreifettsäuren, Linolsäuren und so weiter so viel wertvoller, das wie das andere. Jetzt muss aber die Kuh dann schon an allem groß fressen und nicht Kraftfutter aus internationalem. Weil die im Moment verschlechtert ist. Die Wissenschaft gibt mir da recht, nur haben mir das die einfachen Kase schon vor Jahren beigebracht. Die Ich muss nochmal zurück zu meiner Frage zur Umstellung damals, die 43 Betriebe. Wie schwer war das oder haben die sofort alle daran geglaubt, weil sie gesagt haben, der Heinz hat uns das gut erklärt, verstehen wir mal, oder gab es da auch wen, der gesagt hat, der Heinz spinnt ein bisschen mit dem Bio. Das haben damals mehr das vermutet, aber das würde mich interessieren. In Innsbruck haben Sie gesagt, das Nullzug hätten gestraft. Ich denke, in Harzenstedt war die Breitschaft relativ groß, und zwar aus zwei Gründen. Die Bauern haben eine sehr extensive wirtschaftsweise Voraus betrieben, also der Schritt zu Bio war relativ klein, sage ich mal. Es wird bei einem intensiven Betrieb. Aber es hat schon Kritiker gegeben, wir haben da schon nächtelange Diskussionen folgend, haben sich dann entschieden, das Ganze, weil wir wollten auf keinen Fall zwei Sparte gefahren, weil das jetzt nicht liegen. Und wir sind dann doch mit einem einstimmigen Vollversammlungsbeschluss diesen Weg beschritten. Wir haben da keinen Ausgesandterst. Das hat dann zwei Sparten einmal das System verlassen, weil das nicht wohlfühlt. Aber in Anfang war das alles dabei. Und das war eine Meilenleistung damals von die Harzenstädter Bauern, nicht von mir alleine, sondern dass diese Gemeinschaft da mitsuchen ist, das ist gewaltig. Und jetzt pass auf, wie war das mit der zweiten Frage noch? Das ist mir zu ausgefällt. Na jetzt, die erste haben wir glaube ich eh schon, weil das war das Thema, was hat die inspiriert, war die ursprünglich erste Frage. Also wie bist du überhaupt auf Bio selbst gekommen? Und dann das zweite, was mich interessiert, nicht sehr frühzeitig auf Bio als eine ganze Genossenschaft umzustellen, in einer Gegend, wo es vielleicht noch nicht so etabliert war. Da stelle ich mir einen großen Kraftakt vor. Und du hast ja heute noch wahrscheinlich Bauern, die sagen, geh Bio. Das ist eine nächste Frage. Glaubst du, ist Bio eine Frage von 100 Prozent? Macht das einen Sinn? Kann man das erreichen? Soll es überhaupt flächendeckend Bio sein? Oder wie siehst du das überhaupt? Welche Rolle soll Bio spielen in der Landwirtschaft in Österreich? Ja, auf alle viele, viele Gewichte gehen jetzt wie jetzt noch. Und zwar aus ganz pragmatischen Gründen, aus meiner Sicht. Wenn man die wirklich ein Problem in der heutigen Zeit hernimmt und die Pandemie hat uns ja auch einiges gelernt. Aber dann hat Bio einfach die besseren Antworten darauf. Wir haben halt einfach mit einem gewissen Grad der Umweltverschmutzung zu leiden, wir haben mit einer Übernutzung der Ressourcen zu leiden. Rundherum, ob das die Verbauung ist, bis zu was weiß ich was. Und da hat Bio einfach die besseren Antworten dazu. Und von daher denke, dass Bio also gesellschaftspolitisch und auch landwirtschaftlich mäßig natürlich viel eine größere Rolle spielen müssen und da gibt es auch Untersuchungen, weil es immer heißt, mit Bio muss die Welt verhungern. Ich denke eigentlich gar nicht, ich meine mit Bio wenn man es geschickt macht, dann lässt sich mit Bio oder mit viel viel mehr Bio als wir jetzt noch haben, die Welt sehr gut ernähren. Wir müssen halt weniger vernichten, das mag schon sein. Wir werden da ein bisschen weniger Fleisch essen, zu viel hochwertiges. ich denke, wenn an die richtigen Stellschrauben geschraubt werden, dann geht das auf alle Fälle noch weit und vor. Und allen Dingen für die benachteiligten Gebiete, die, die unter der Intensivierung nicht so massiv teilnehmen können, führt sowieso mittelfristig keinen anderen Weg vorbei. Wird die Bio Landwirtschaft ausreichend gestützt vom Staat, von der EU? Sind Förderungen wichtig für euch? Ja, Förderungen, es ist halt so, dass eigentlich die europäische Landwirtschaft ohne Förderung nicht mehr konkurrenzfähig ist auf dem Weltmarkt in keinster Weise. Und wenn jetzt die Gunstlagenbetriebe in Europa eine Riesenförderung brauchen, dann brauche ich nicht zweimal die Rechnung und die Bauern in einer Ungunstlage eine Förderung zu brauchen. Weil wenn ich denen in der Gunstlage habe, das jetzt in Österreich ist, wobei in Österreich nicht einmal im meisten richtige Gunstlagen sind verglichen mit Dänemark oder Südschweden oder Holland wie auch immer oder Norddeutschland, sondern der Gunstgürtel von Europa befindet sich dort. Und mit denen den Preis zu produzieren, das wird Österreich nicht schaffen. Und die Rolle schon überhaupt nicht. Also schon, da braucht man nicht reden. Viel, viel mehr ist das die Frage, ob das nicht viel stärkere Umverteilung dieser Fördermittel sein müsste. Weil wenn heute der Großbetrieb in Österreich und ich habe heute in Gang schon einmal darauf verwiesen, dass die 20 größten Bauern oder die größten landwirtschaftlichen Betriebe, das sind ja dann keine Bauern mehr nach meiner Definition, sondern landwirtschaftliche Betriebe im Osten speziell, der ehemaligen DDR, Tschechien und so weiter, dass die ja ein Vielfaches am Fördermittel abzahlen, als wir bei uns. Und da braucht es eine sozial gerechtfertige Umstellung. Weil es ist schon so, dass wenn heute einer wieder näher zu Nähe treten, aber wenn heute so eine große Farbe, was eh schon 2000 Hektar bewirtschaftet, wenn der fünf Hektar irgendwelche Distelfelder aus der Produktion nimmt, dann kriegt er mehr Förderung, als bei uns der Bauer im hintersten Nötztal oder in einem Seitental von Osttirol. Die ganze bayerische Familie, dann haben eine Schieflage und zum Einen Mal, das ist, es mag schon diversität fördern, was der mit seinen vier Hektar oder fünf Hektar Distel macht, aber was der Bauer da oben mit seiner Albenwirtschaft und mit seinen Weidegangen und mit seinen Dauerwiesen, was der macht und was der einen körperlichen Einsatz leistet und auch finanziellen Einsatz, unvergleichlich schwieriger. Und da braucht es, darum sagt man, Österreich ist auch so stolz, dass man sagt, wir haben was von den besten benachteiligten Gebietssysteme. Ich gebe schon zu, dass es vielleicht nicht in Europa Gebiete geht, was noch schlimmer ist, als wir bei uns in Tschechien erst schon noch wilder sehen, aber das ist bei uns noch lange nicht korrekt und innerhalb von Europa schon überhaupt nicht. Weil wenn, müsste ich ja halt sagen, ich mag kein Dienst an den Hof hernehmen, dass ich das ein bisschen verteidigen kann, was ich da mache. die schöne Wiesen hier oben halb vom Zaldick erst auch ins. Wenn ich da umgehe, dann kann ich ja so jeder Luder da umgehe und der Frontmärwerk auf dem Truck drauf und die Stunde vier Hektar nieder. Wenn ich dann in einem Raum bin und nicht mehr durch gehen, dann meine ich die Stunde noch ein Viertel Hektar. Jetzt ist aber der Unterschied von Hektar zu Hektar was ich eine Förderung kriege. Dann habe ich da hinten auf die Stunde die vierfache und habe aber noch viel den höheren Maschineneinsatz weil der Motormäher kostet ja ungleich mehr und der Motormäher ist um zehnmal früher hin als das eine. Da haben wir noch solche Schieflagen da fallen mir noch viele Dinge ein aber da kann man sagen die Förderung kann viel mehr auf den Einsatz der Arbeit Leistung gerichtet und nicht auf die Produktion weil die Produktion allein wenn ich in Tschechien 2.000 Hektar irgendwo habe und ich habe die Farbe mitten in stehen dass der rationeller arbeiten kann als ein Berbauer in Österreich oder bei uns in Tirol da brauche ich kein Wirtschaftsstudium nicht das ist so eindeutig klar und wenn ich das ausgleichen will dann muss man darauf reflektieren weil ich ein Ackerbaubetrieb habe nichts gegen meine Kollegen im Ackerbau und die sind sehr wichtig wir also mit der Familie vielleicht einen 100 Hektar Betrieb fahren kann da hat er sich nicht zu Tode geschunden wenn er das im Griff hat wenn der im Berggebiet eine 100 Hektar Landwirtschaft hat dann sagt es wie das geht dann haben wir eine Schieflage und das ist gehörige weil der mit der Rinderwirtschaft und so weiter was alles aufsicht nehmen muss ja ungleich viel mehr erbunden ist und das Firscht das hat in den letzten Jahren zu einem massiven auseinander gelaufen von dem Firscht in die Gunstlagen hat sich mit der Mehrproduktion leichter geholfen als im Berggebiet im Berggebiet ist das nicht so viel und der eine hat es ein bisschen mehr geholfen und die Produktionspreise lasst ihr auch nachlesen die sind schon seit 20 30 Jahren fast überall gleich teilweise sogar schlechter als 20 Jahren bei EU Beitritt und die Förderungen sind auch gleich geblieben jetzt ist doch logisch dass wenn ich alle Teuerung von 2% in 30 Jahren bei den Bauern Spuren hinterlassen und die sind auch mittlerweile da finanziell geht aus dem was du gerade gesagt hast zum Bio vom Berg zurück ist es mit der Initiative gelungen durch einen gemeinsamen Vertrieb durch eine Marke und 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 geht den Bauern die bei Bio vom Berg dabei sind wirtschaftlich gut oder sind die stabil und haben die Zukunft und ist dadurch auch vielleicht leichter gemacht dass die Bauern weiterhin bewirtschaften dass sie Bauern bleiben hat das was Positives in die Richtung losgelöst wie schaut die Zukunft von Bio vom Berg aus ja ich glaube dass man da schon durchaus was positiv zu bewerkstelligen kann wir haben trauen leicht zu sagen wir haben heute ein paar Käsereien die was ohne zu tun vielleicht schon gar nicht weil der Markt zwang ein anderer ist wir haben aber auch Hilfe wir vermarkten mittlerweile von sechs und Bauern in unterschiedlicher Intensität Produkte und da gibt schon durchaus Hilfe die einen Jahrling für Bio vom Berg der eine Jahrling kann ihn nicht raus reißen wenn er eine höhere Wertschöpfung hat oder wir haben im Oberland Betriebe der baut vielleicht zwei Hektar Getreide für ein Brotprojekt oder für das Gerchenprojekt an das ist für den schon eine Aufwertung und natürlich eine gute Wertschöpfungssteigerung aber kann einen Betrieb allein nicht retten also ganz allein aber auf alle Fälle sind zu verbessern und natürlich auch die Perspektive zu verbessern und darum ist ein Bio vom Berg gewachsen in letzter Zeit und in dem Bereich haben die Biobauern auch zugenommen während sie wohnen dann auch die Bauern schrumpfen und auch die Biobauern abnehmen nicht weil es im politisch schon geschriebenen Strukturwandel zunabverfall wenn man ehrlich ist ist es Bauernsterben und keinen Strukturwandel mehr weil wenn brauche man eher mehr Bauern und nicht noch weniger weil dann wäre es ziemlich schwieriger zu Hause die Diskussion weil ich mit dem so vier weil man auch noch schwager hilft auf der Alm und aus und meine Frau tut noch relativ viel und ich arbeite eh ein bisschen mehr wenn sie das alles mal leintun müssen dann muss er irgendwo auf der Alm oder mal Abstriche machen weil er nicht nicht zugleich auf der Alm und daheim sind und da fangen eh schon täglich hin und her weil irgendwann hat der Tag 24 Stunden und ich denke auch ein Bauer hat ein Anrecht dass er der sozialen Entwicklung mit tut was eine andere Gesellschaftsordnung auch selbstverständlich hat sind die Bauern eh sehr bescheiden kam ein Bauer fast auf Urlaub der Bauer nimmt es auch nicht tragisch wenn die Woche mal 70 Stunden hat aber das soll keine Dauerbelastung sein das hat die Zeit und so weiter mag das schon sein aber das kann nicht sein dass das auf Dauer geht und das bringt auch dann irgendwann wenn die Familie nicht komplett intakt ist das sieht man auch wenn die ganze Familie zusammen hilft dann ist der Hof fast nicht mehr zu füren weil den Idealismus der ganzen Familie zusehends mehr beanspringt Aber das heißt zum Schluss was wünschst du du für Bio vom Berg so ein bisschen als stellvertretend für die Biolandwirtschaft wo soll da die Reise hingehen im Sinne der Landwirtschaft Ja ich denke wenn wir den Kurs weiter beibehalten was wir die letzten Jahre gesegelt sind und die Vorzeichen oder Sumfeld scheint momentan nicht schlecht aufbereitet dazu zu sein dann wäre Bio vom Berg in der Tiefe und in der Breite noch wachsen und damit zusehends für mehr Betriebe aber auch für das verarbeitende Gewerbe damit zusehends zu einem wichtigen Hib stecken mit jedem Schritt wo wir jetzt noch wachsen ich meine sagen wir mal was weiß ich bei einer Firma sagen wir vom Break Hib hin geschafft jetzt sind wir in der Situation wo wir sagen jetzt können wir da wirklich operativ was eintun und dazu braucht es zwei Bedingungen einen Handel werden wir dahin schon kriegen dass er mit uns aber da braucht natürlich mündige Konsumenten die verstehen was wir wollen weil ein Produkt ins Regal stellen nicht in der zweistufigen Vermarktung ist das komplizierter wenn ich einen Hofer direkt vermarkter mache dann kenne ich meinen Kunden wenn ich mit Bier vom Berg in Deutschland einen Kast verkaufe dann bin ich nicht mehr persönlich bei den Kunden sondern da ist ein Großhändler dazwischen da ist nur einmal der Naturkost Fachhandel dazwischen und dann ist nur irgendein das kein Personal und der soll dann eventuell erklären warum wenn Tiroler Bergkast kaufen soll dann kein holländisches Gauder überzeichnet wieder ein bisschen da braucht man halt schon diese Darstellungskraft dass das schon doch ein besonderes Produkt ist und das gelingt natürlich mit dem größeren werden ein bisschen leichter habt ihr mehr Power ja das geht da um dass man sich dann mal endlich einen vernünftigen Außendienst auch leisten kann macht du einen Außendienst wenn es zur Gründungszeit der BioAlbini habe ich gesagt wir haben keinen PC angeschafft und ein Büro angemietet und dann haben wir noch die Marke schützen lassen also die Wortbildmarke weil das ja auch wichtig ist wenn ich ehrlich bin dann war man das erste Mal schon eigentlich bankrott dann hat es damals noch hohe Zinspolitik gegeben und wenn ich drei faisen schon ein paar Mal gewürdigt habe nicht in die Landesbank 50.000 Euro gelichen da habe ich schon Überzeugungskraft gebracht wenn ich sage ich brauche 50.000 Euro wenn irgendwo zusteht dann ist das so damals hat es doch man wir haben nicht passelt rein und das ist schwierig und wie auch immer ja kann der glaube alle haben meiner überzeugungskraft auch nicht immer geglaubt aber war das natürlich ein bisschen schwierig und jetzt versteht man schon und wenn man mal Gewicht hat das mir beim Handel bekannt zuerst hast du hingemessen und dann sagt schon wieder einer der der was hat und mittlerweile jetzt weiß in Tirol und ganz angrenzend das Bio vom Berg hat schon eine Marke die mit den großen Handelsmarken aufnimmt von der Bekannte natürlich auch so stark abfallen in Wien müssen nach Wien kommen aber das gelingt uns hoffentlich jetzt mit diesem Podcast dass wir über Tirol hinaus auch noch weiter bekannt machen aber das heißt mein Resümee es braucht ob Bio oder konventionell aber vor allem auch für Bio und für neue Marken und Positionierungen und Aufwände du brauchst Marketing und Kommunikation neben dem Produkt und du brauchst es ist ein ewiges Beziehungsmanagement oder du musst schon auch schauen dass du gesehen wirst dass du neben dem Direktvertrieb den du in deiner eigenen Hand hast eben über den Handel und andere Partner vertreiben kannst ich glaube das ist ein gutes Schlusswort Christoph für unseren Besuch ja und wir bleiben wieder mit vielen weiteren Fragen über Kuhstein Sitz und schließen das Gespräch erstens einmal mit einem Dank Heinz dass du Zeit für uns gehabt hast vielen Dank und ich glaube wir werden fortsetzen mit unseren Fragen und unsere Fragen aufschreiben wir können schon Buch füllen mit unseren Bio und anderen Fragen mittlerweile wenn euch diese Episode gefallen hat freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Webseite Tellerrand I.O. immer bis . a